Jürgen, Donnerstag geht die internationale Pflichtspiel-Saison los. Im Pokal haben wir ja schon in Kärnten einen harten Kampf erlebt und immer eine interessante Frage bei jedem Klub, ganz besonders bei Rapides, wer ist die sogenannte Nummer 1 im Tor? Unser Cheftrainer Ferdinand Feldhofer hat gestern im Rahmen einer Pressekonferenz schon gesagt, es wird der Niki Hedl sein. Du bist natürlich der Chef der Torhüter, kannst du uns kurz erklären, wie diese Entscheidung zustande kam und wie ihr das sozusagen im Team gelöst habt. Gut, prinzipiell ist ja mal zu sagen, dass so Entscheidungen immer anhand von Eindrücken basiert, von Spielen, von der Vorbereitung, von den Testspielen und es war einfach so, dass wir gesagt haben, wir wollen das dann, wenn wir es bekannt geben, rechtzeitig machen. Auch schon im Hinblick auf Donnerstag, dass die heute Bescheid wissen, wer es im Endeffekt das Rennen gemacht hat und einfach auch da ein bisschen den Druck rauszunehmen, weil ich kenne das aus eigener Erfahrung dann, da denken sie viel nach drüber dann ja und es werden viele Fragen gestellt, na wer spielt jetzt da, wer spielt nicht? Wann wird es entschieden? Ja und das ist nicht förderlich für die Leistung und deswegen haben wir uns auch gestern dazu entschieden, dass wir das auch öffentlich machen. Was hat schlussendlich den Ausschlag gegeben für den Niki Hedl? Also, wieder nicht vom Ausschlag reden, es geht einfach darum, wie ich schon vorher erwähnt habe, da wird über längeren Zeitraum alles in die Schale geworfen, sagen wir mal und dann ja auch im Hinblick auch schon auf die Spiele dann überlegt, was könnte besser sein und in der Situation, wo wir jetzt waren, ist es einfach so, dass es keinen Verlierer gibt, weil wir haben sehr gute Torhüter, da bin ich auch sehr stolz auf die Entwicklung aller Torhüter und das war eigentlich schon ganz wichtig für uns, dass wir diese Schritte auch schon gemacht haben, dass sich Torhüter gut entwickeln, dass wir jederzeit die Torhüter auch reinstellen können, wenn was passiert. Wir haben ja in der letzten Saison gesehen, dass es ja sehr schnell geht auch dann, dass wir die Torhüter tauschen müssen und da sind wir eigentlich sehr gut unterwegs im Moment. Du bist dein ganzes Leben lang Torhüter, zuerst aktiv und jetzt schon sehr, sehr lange auch Trainer. Man hat den Eindruck von außen, dass das ein extrem harmonisches Team ist. Niki, Paul, Adar, Bernie Unger und Co. unter deiner Führung. Täuscht das und hast du da jetzt vielleicht eine Sorge, weil es jetzt eine Nummer eins geben muss, dass du da ein bisschen mehr Arbeit hast oder sind die wirklich so, wie man von außen glaubt, also richtig gute Kollegen? Es ist für mich immer wichtig, wie gesagt, Entscheidungen sind einfach zum Treffen und ich weiß ganz genau, dass es nicht immer leihend ist, auch für denjenigen, der was dann hört, dass er jetzt nicht die Nummer eins ist, aber für mich war immer wichtig, dass wir ein sehr gutes Klima in unserem Dornbereich haben, dass es da keine Misskunst gibt, dass da keine Spannungen auftreten. Das ist mir sehr wichtig, weil sonst die Leistung von allem leiden wird und einfach das nicht gut ist und da habe ich absolut keine Sorge. In dem Fall von Paul jetzt ist es so, dass er der Niki Hedler spielt, aber ich bin hundertprozentig überzeugt davon, weil ich kenne meine Torhüter jetzt schon sehr gut und das sind wirklich Arbeiter, die hacken, die wollen sich weiterentwickeln und da wird es keine Probleme geben. Im Februar hat es eine Zäsur unter Anführungszeichen gegeben, ein langjähriger Torhüter von uns ist ins Ausland gewechselt. Da hat es von außen her aufgeheißen, ui, das wird ein Problem jetzt für Rapid. Sowohl der Cheftrainer als auch du, ihr habt es aber immer gesagt, wir haben da volles Vertrauen ins bestehende Team. War das ein bisschen Zweckoptimismus oder warst du da wirklich so überzeugt? Nein, es geht einfach darum, wir haben eine ganz klare Vorstellung, wie es in dem Dornbereich sein soll. Das ist einmal die Vorstellung, was ich persönlich für mich habe, aber auch im Austausch mit dem Verein und auch mit dem Trainerteam oder dem Cheftrainer. Und da war eigentlich ganz klar, dass wir den jungen österreichischen Weg forcieren wollen. Ja, auch mit natürlich immer der Geschichte, dass auch was passieren kann. Ja, aber das ist ganz egal. Die Jungs sollen sich entwickeln, die machen das wirklich gut im Training und deswegen war es damals so, dass wir auch in diese Richtung agiert haben. Obwohl es schwieriger Zeit war auch mit diversen Ausfällen und Verletzungen. Aber im Endeffekt stehen wir hundertprozentig zu den Torhüterern, die beim Verein sind. Die jungen Torhüter kommen auch nach und ich glaube einfach, dass wir für die Zukunft gewappnet sind, wenngleich wir hakeln müssen. Das ist ganz klar. Das fängt bei mir an und es geht über die Torhüter und dann natürlich im Verbund auch mit der Mannschaft. Das wollte ich abschließend noch fragen. Wissen vielleicht nicht alle, aber du bist ja sehr, sehr eng mit zweiter Mannschaft, Akademiemannschaft beobachtest. Das ist natürlich mit einem fachmännischen Augen. Müssen sich die Rapid-Fans keine Sorgen machen, dass da, auch wenn einmal der Niki Hedl vielleicht zu einem anderen Verein wechselt oder der Pauli Gartler, dass wir da aus dem eigenen Stall, wie man so schön sagt, Nachschub bekommen? Ja, das Ziel ist ja ganz klar immer. Es gibt immer die Situation, wir haben ein Torhüter, wir bauen ein Torhüter auf. Das hilft dem Verein, das ist gut für den Verein. Aber wir wissen auch ganz genau, wie schnell es gehen kann, wenn Vereine dann aus dem Ausland kommen und jeder will sie dann auch irgendwann einmal den Schritt ins Ausland wagen. Da ist unsere Arbeit dann, dass wir rechtzeitig schon junge Torhüter wieder heranführen. Das ist in meinem Team immer so und ich spreche immer vom Team, weil auch die Torhüter unten sind wichtig. Wir besprechen uns, wir tauschen uns aus und es werden immer Entscheidungen getroffen werden und wir versuchen natürlich immer für den Worst Case gerüstet zu sein, wobei das auch kein Worst Case ist, weil wenn er sich durch gute Leistungen empfiehlt für das Ausland, ist es kein Worst Case, sondern ist für alle, sage ich mal, eine Win-Win-Situation. Aber unser Ziel und unsere Arbeit ist natürlich genau auf diesen Punkt hinzuarbeiten. Jürgen, vielen herzlichen Dank. Wer dich kennt, weiß, du bist nicht der große Fan von Interviews. Umso mehr danke, dass du dir Zeit genommen hast, das zu erklären. Ja, danke. Wie gesagt, das Wichtigste ist, dass meine Torhüter im Vordergrund stehen. Ich muss nicht mehr im Vordergrund stehen, ich habe das lange genug gehabt. Für meine Arbeit ist es ganz einfach, die Torhüter dort hinzuführen, wo sie hinwollen und dass wir allesamt, sage ich mal, im Namen des ESGRABIT erfolgreich sind. Dankeschön und mögen Sie das sein und gute Belli halten. ESGRABIT 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 ESGRABIT